Ob wir zum ersten Mal Eltern sind oder bereits Kinder haben. Das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe ist für uns jeden Tag eine Herausforderung. Unseren Kindern einerseits feste Wurzeln und andererseits aber auch Flügel zu geben, um ihr Leben zu meistern. Und jetzt wird es spannend, nämlich speziell hierfür haben wir mit Unterstützung von vielen jungen Eltern etwas Gemeinsames entwickelt, wie wir unsere Kinder kinderleicht in die Zukunft bringen. Einerseits ist immer wichtig, die beste medizinische Versorgung zu kriegen für unser Kind, damit es auch gesund bleibt. Andererseits ist natürlich die finanzielle Absicherung ein wichtiger Baustein. Und die größte Herausforderung haben die Kinder selbst, um eine finanzielle Kompetenz zu erlangen. Vor allem, da das in der heutigen Zeit nicht einmal in der Schule gelernt wird. Und genau dafür gibt es das sogenannte Kids-Konzept. Wie schaut das aus? Eine ganzheitliche Lösung, flexibel und mitwachsend. Wir kriegen ein 219 Euro Kindergeld. Wie viel sind Sie denn als Elternteil bereit, von diesen 219 Euro für Ihr Kind zu investieren? Und mein erster Tipp hierzu, gehen Sie doch her und machen Sie für Ihren Kind ein junges Konto. Und dann das Kindergeld gleich da draufschmeißen. Vielleicht haben Sie noch zusätzliches Geld übrig, wo Sie sagen, hey, für mein Kind möchte ich auf jeden Fall was auf Zeiten tun. Vielleicht finden Sie auch irgendwelche Sponsoren, wie zum Beispiel Oma, Opa, aber auch Paten, Taufpate und so weiter. Weil es kommen ja auch mal Geschenke vielleicht, Taufgeschenke oder Kommunion oder Firmung, Konfirmation, je nachdem. Und da dient das junge Konto einfach mal als Sammelstelle. Und hieraus wird dann natürlich das weitere Konzept entwickelt. Und zwar abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche, was für ein Kind wichtig ist. Der erste Zug, die sogenannte Lokomotive, da geht es um das Thema Vermögensaufbau. Und da bin ich natürlich als Lokomotivführer immer an Ihrer Seite, um hier eine richtige Strategie zu entwickeln. Sie entscheiden natürlich als Eltern dann, welchen Baustein, welchen Waggon ich da hinten dran hänge. Zum Beispiel Bedürfsunfähigkeitsoption später mal oder auch den Baustein Schulunfähigkeit. Was ist das eigentlich genau? Oder das Thema Versorgerschutz. Wenn mir was passieren sollte als Elternteil, wie sind meine Kinder abgesichert? Und dann gibt es den Bereich ambulante Versorgung. Immer wichtiger, wenn es um Homöopathie, um Osteopathie oder ähnliche Heilpraktikerleistungen geht. Für andere Eltern ist es wichtig zu sagen, hey, mein Kind soll, wenn es einmal was sein sollte, im Krankenhaus auch richtig versorgt sein. Oder auch wenn einmal das Thema Zähne oder Kieferorthopädie oder Brillenersatz ein Thema sein wird. Genauso natürlich ein Unfallversicherungsschutz. Entscheidend haben wir selber, welche Waggons einem da wichtig sind fürs Kind. Und wichtig ist ja zum Schluss, und das ist auch ein Thema, Sponsoren zu finden, die Sie als junge Eltern auch unterstützen. Und ich unterstütze Sie in der Art und Weise, dass ich Ihnen einmal Ihr Konzept aufstehe, aufzeige, wie es funktioniert. Und hierzu einfach eins machen, mich anzurufen, das Handy in die Hand zu nehmen, ein WhatsApp schicken. Oder Sie gehen auf der Startseite. Links unten ist so ein goldener Kids-Konzept-Button. Da, wenn Sie direkt draufdrücken, kommen Sie in meinen Terminkalender rein. Und können gleich einen persönlichen Termin vereinbaren. Alles weitere wird heute zweitführen. Ich hoffe, das kurze Video, knapp drei Minuten, hat sich rentiert für Sie. Ich freue mich, leiten Sie es gerne weiter an alle Leute, die Kinder haben. Ansonsten bleibt mir bloß eins zu wünschen, dass Sie und Ihr Kind gesund bleiben. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute, Ihr Heinz Egelseeler.